Die BGW ist Träger der gesetzlichen Unfallversicherung für die meisten der Pflegeeinrichtungen in Deutschland. Wir bemühen uns gerade im Bereich der Pflege, unsere Mitgliedsunternehmen zu erreichen, sie zu unterstützen, einen wirklich guten Arbeits- und Gesundheitsschutz in ihren Einrichtungen zu entwickeln und auch zu unterhalten. Aus diesem Grund ist für uns der Deutsche Pflegetag eine ganz wichtige Veranstaltung im Laufe des Jahres. Dort erreichen wir ganz viele Einrichtungsträger, Verantwortliche im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz und auch professionell in der Pflege Arbeitende. 2017 haben wir vor, in einem Workshop das wichtige Thema Gewalt und Aggression in der Pflege zu behandeln. Und darüber hinaus werden wir eine sogenannte Pflegebörse durchführen, wo es darum geht, dass unsere Mitgliedsunternehmen, die dort auf dem Pflegetag sind, die Möglichkeit haben, direkt mit uns zu vereinbaren, wie sie dann in der Folgezeit unsere Unterstützungsangebote in ihren Einrichtungen nutzen können.